Eine kurze Hose genügte heute Vormittag im Brata für den Sie-und-Ehr-Lauf. Mehr als 1800 Paare machten mit bei strahlendem Sonnenschein. Als strahlende Sieger nach 2x4 km gingen wie im Vorjahr Jennifer Wendt und Christoph Sander durchs Ziel. Mit einer Zeit von 25 Minuten verfehlten sie ihren Streckenrekord nur knapp. Trotz 21 Grad gab es heute keinen Temperaturrekord, die Hochzeit ist aber noch im Lauf.